Und sie wuseln daher, immer darauf bedacht, Rohstoffe abzubauen und die Gemeinschaft mit dem Nötigsten zu versorgen. Wahrlich, das Leben ist nicht immer einfach hier in Laternenstadt. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und damit, äh, Servus, Grüezi und Hallo zu einem weiteren Teil Let's Play Banished hier bei Mr. Helvetic Let's Plays. Ja, unsere Rohstoffe gehen langsam wieder auf. Die Werkzeugkrise ist überwunden. Ebenso die Kleidungskrise, obwohl da hatten wir keine. Da sind wir ja haarscharf dran vorbeigeschrammt. Was wir jetzt aber dringend noch brauchen würden, wären ein paar Schafe, damit auch die Wollproduktion ein bisschen rauf geht. Hiermit würde ich aber gerne warten, bis dann eventuell mal der nächste Händler bei uns vorbeischneit. Gut, unsere Lagerplätze. Sie sind zwar noch nicht übervoll, aber ich werde jetzt die letzten zwei Lagerhäuser trotzdem schon mal in Auftrag geben. Sicher ist sicher, man weiss ja nie. Wie schaut's hier eigentlich aus? Ah, kommen wir hier noch ran? Hm, nein. Weil hier... Ah, bis auf ein Lagerhaus ist hier alles ziemlich voll. Ich bin mir am überlegen. Hier unten bekommen wir wohl keines mehr unter. Allerdings hier... Hier würden mal noch zwei hinpassen. Dann könnte man auch hier noch ein paar hinstellen. Damit wir dann hier unten nicht in die Verlegenheit kommen. Das ist dann wieder zigtausendmal. Das Warnungfenster aufblinkt. Die Kapazität der Lager. Bla, bla, bla. Ihr kennt das ja. Deshalb geben wir hier doch auch gleich mal noch sechs Stückchen Auftrag. Wir müssen uns wirklich langsam überlegen, ob wir hier nicht vielleicht einen zweiten Handelsposten platzieren wollen. Die dümmste Idee wäre sicher nicht. Dann hätten wir nämlich auch wieder ein bisschen Lagerkapazität. Weil hier die Kapazität vom Einlagern schon relativ voll ist. Dann könnte man es ein bisschen aufteilen, sodass... Naja, ungefähr je 50% der Lagerkapazität in beiden Handelsposten dann belegt wäre. Ich denke mal, das wäre gar nicht mal die dümmste Idee. Wie gesagt, getan. Stellt sich nur die Frage, wo platzieren wir unseren zweiten Handelsposten? Ich hätte ihn ja gerne hier gehabt. Ja, hier geht es gerade und gerade nicht aus. Weiter Fluss aufwärts. Hier eventuell. Ah, hier würde es passen. Hier hätten wir auch ein paar Lagerhäuser. Ah, ich glaube, dann postieren wir hier einen weiteren Handelsposten. Gut. Schauen wir mal, ob hier oben fertig gebaut wurde. Ja, die zwei stehen. Hier wird sich auch bereits darum gekümmert. Dann bauen wir hier unten einfach mal noch ein bisschen Ressourcen ab. Eventuell könnte man hier so ziemlich alles freiräumen. Und sich dann später mal überlegen, ob man vielleicht hier unten noch ein Förster hinbauen will. Langsam, aber sicher kommen auch neue Arbeiter nach. Das ist so verkehrt gar nicht. Jetzt müssten einfach irgendwann mal der passende Händler kommen. Der uns auch Schafe mitbringt. Aber Ja, Lager hier oben. Ja, fangen sich langsam an zu füllen. Lang nicht mehr so schnell wie unsere ersten paar Lager, die wir hier hatten. Und hier unten. Gut, jetzt stocken wir hier mal die Kapazität der Bauarbeiter. Ich würde sagen, auf die Hälfte auf. Das dürfte doch vorerst mal reichen. Holz, Brennholz sieht gut aus. Kohle. Ehe suboptimal. Da werden wir dann wirklich die anderen Steinbrüche, also den Steinbruch und hier Kohlen- und Eisenmine langsam aber sicher in Auftrag geben müssen. Ah, Nomaden. Ich habe doch gedacht, ich habe da was gesehen. 14 Stück. Können wir eigentlich aufnehmen. Allerdings fehlt es uns dann noch an ein paar Behausungen. Ja, hier hätte man eventuell noch Platz für ein paar Häuser. Diese japanischen dürften hier eigentlich reinpassen. Gut, ein Problem weniger. Und jetzt stellen wir hier daneben einfach nochmal eins hin. Passt auch mit dem Platz. Das ist insofern gut, als dass wir hier den Steinbruch auf 18 Personen hochschrauben könnten. Ebenfalls hier die Mine 1 für Kohle und unsere Eisenmine. da dürften doch wieder ein paar Steinchen mehr. Oh, und jetzt ist auch noch eine Krankheit ausgebrochen. Scharlach. Zum Glück haben wir hier unseren Arzt, der auch schon den einen Patienten behandelt. Nee, natürlich noch nicht. Der muss sich jetzt erst mal auf den Weg zum Arzt begeben. in der Hoffnung, dass er dabei keine weiteren Siedler ansteckt. Aber es sieht gut aus. Und er ist beim Arzt. Und ist beim Arzt. Und ist beim Arzt. Und ist beim Arzt. Und da haben wir schon den zweiten Kranken. Geht auch zum Arzt. Na, der erste ist schon mal geheilt. Ja, komm. Komm, steh da nicht rum. Ah, direkt zum Arzt. Sehr gut. Der hat jetzt wenigstens nicht die Möglichkeit, allzu viele Leute anzustecken. Aber es kam ein dritter dazu. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und der nächste Händler kommt. Ah, um Scharlach mache ich mir jetzt nie allzu grosse Sorgen. Ah, Ende für Allgemeingüter. Ich hoffe jetzt mal, der könnte auch mit Tieren dienen. Wohl mit Rindfleisch. Aber sowieso ausschalten nicht mit Tieren. Hm. Nun gut. Schauen wir mal, ob wir hier was brauchen könnten. Ja, wir kaufen dir mal ein bisschen Kohle ab. 300 Einheiten. Holz haben wir genug. Dann könnten wir mal noch für 100 Einheiten Stein. Äh. Und 200 Einheiten Brennholz. Dafür geben wir dem Kollege Essig Fisch. Ah, vielleicht nehmen wir 300 Einheiten Brennholz. Hoffentlich passt das noch mit unserem Lager. Damit kommt der 4400 Einheiten Fisch. und wir schicken ihn weg. Können wir das wenigstens ein bisschen aufstocken. mh-mh. 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 Was haben wir denn hier für eine Limite? Hier haben wir 4, dann schrauben wir die hier auch mal runter auf 4, dann haben wir nämlich beide Handelsposten komplett. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt hier mal an, ein bisschen Material einzulagern. Mal sicher 1000 Kräuter kommen rein und 1000 Rindfleisch und 1000 Wildbrett. 500 Eier, 1000 Einheiten Honig, 1000 Einheiten Milch Und eventuell könnte man hier auch ein bisschen Handelfleisch einlagern. Das haben wir hier. Machen wir mal 500 Ah, und Fisch. 5000 Und eventuell werden wir vielleicht hier am See doch noch eine Fischerhütte aufstellen. Einfach nur um unsere Handelsposten dann auch mit genügend Einheiten Fisch versorgen zu können. Ja, die machen hier nicht mehr so viel wie auch schon mal. Vielleicht gar nicht die blödste Idee uns da noch mal eine Fischereihütte hinzustellen. Auch wenn wir uns lebensmitteltechnisch mit über 115.000 Einheiten auch nicht allzu viele Sorgen machen müssten, besser vorsorgen, als dann quasi vor null Lebensmittelreserven dazustehen. Hm, was wird denn hier abgebaut? Na, Stein und Eisen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bisschen Holz steht hier auch rum. Doch, doch, ich würde mal sagen, das passt. Auch der Markt hier oben, der ist gut voll, nicht übervoll, aber das muss ja auch nicht sein. So, gibt es hier noch mal vier Fischer. Vielleicht sollten wir uns überlegen, hier doch noch irgendwo das ein oder andere Haus hinzustellen. Ah, da kam unser erster Händler. Ah, Rohstoffhändler. Brauchen wir so nicht. Wir warten einfach auf einen Händler für Allgemeingüter. Oder auf den Viehhändler. Ansonsten werden wir dann hier vielleicht doch anfangen, die Schafherde hier aufzusplitten. Wissen Sie was? Wir teilen die Schafherde auf. Sonst warten wir hier ewig um drei Tage. Und kein... Na, oder wir warten noch schnell. Mit etwas Glück kommt hier sogar ein Viehhändler. Ja. Es wäre ein Viehhändler. Geben wir jetzt hier den Schafen, geben wir einfach mal die Schafen in Auftrag bei jedem Besuch. Schicken den wieder weg. Dann kommt er hoffentlich nächstes Mal wieder vorbei. Und wir lassen das mit dem Aufteilen einfach mal. Jetzt wird er früher oder später mit Schafen zurückkommen. Und dann hat sich dadurch dann schon abzeichnende Engpass im Bereich Wolle auch diskret... Ja, er war quasi gar nicht da. Was allerdings ein aktuelles... Problem ist, ist die Wohnhaus-Situation. Ich würde jetzt sogar so weit gehen und sagen, wir stellen hier einfach noch ein paar... Von diesen japanischen Wohnhäusern hin... Einfach so. Damit der Nachwuchs ausziehen kann... Na, hier geht auch noch... Natürlich geht hier auch noch eins hin. Ja, leider nur eins. Aber eins ist bekanntlich besser als keins. Na, hier passt es nicht. Ich würde jetzt einfach hier freie Plätze ausnutzen. Dann könnte man hier oben auch mal noch ein paar hinstellen. Eventuell, dass dann die von unseren Feldarbeitern beheimatet werden. Dann hätten die auch nicht mehr einen allzu weiten Arbeitsweg. Hier entlang können wir auch noch ein paar Häuser aufstellen. Ist jetzt so natürlich nur eine Übergangslösung. Da passt nichts mehr hin. Hier geht noch das eine oder andere. Jetzt haben wir jedenfalls wieder ein bisschen Wohnfläche geschaffen. Wir sollten jetzt aber auch schauen, dass uns dann die Holzburette nicht ausgehen, weil immerhin braucht eine von diesen Japaner Hütten 50 Einheiten Holz. Daher räumen wir hier wieder, bis die Socken qualmen. Jaja, und solange unsere Siedler an Altersschwäche sterben und nicht an irgendwie Hunger oder an Krankheit. So lange haben wir alles richtig gemacht. Ja, geht jetzt so 169, 282 im letzten Jahr. Kohlemässig letztes Jahr 436. Eisen 332. Ja, wir werden wohl früher oder später dann wirklich die jeweils zweiten Minimumbrüche in Auftrag geben müssen. Oh, und der nächste Händler ist da. Hm. Ah, das ist ein anderer. Da müssen wir die Schafe auch nochmal in Auftrag geben. Schauen wir uns jetzt aber gleich mal an, was der so zum Tausch nehmen würde. Nichts von dem, was wir hier haben. Gut. Ich denke mal, ich weiss, was der will. Eisen haben wir 1100. Davon müsse ich jetzt mal so 500 abzwacken. Und Stein, wo haben... Holz könnte man auch noch ein bisschen was einlagern. Stein haben wir... Müssen doch auch hier irgendwo sein. Ich sehe es gerade nicht. Ah. Und der Brennholz. Stein... Hallo. Oh, auch hier unten. All 200. Ich denke mal, das dürfte dann für ein paar Schafe reichen. Schauen wir. Ja, natürlich Holz, Stein, Eisen, Brennholz. Der wird wahrscheinlich auch Werkzeuge nehmen. Geben wir dem aber nicht. Ganz einfach. So. Jetzt haben wir da wirklich bei... Beiden Händlern. Die Schafe in Auftrag gegeben. Da war mir bisher nicht bewusst, dass für jeden Handelsposten da quasi ein separater Händler kommt. Ah. Man nährt halt nie aus. Ach, da kommt ja schon wieder einer. Und wenn wir jetzt etwas Glück haben... Ja, komm, leg an. Ja, wenn wir etwas Glück haben, kommt der Saatguthändler. Hm. Leg wieder ab. So, die ersten Häuser stehen schon. Die sind auch schon... ...noch ganz gut belegt. Da kann man nichts sagen. War jetzt echt nicht die dümmste Idee, da wirklich noch ein paar Häuser in Auftrag zu geben. Ich würde mal sagen, dann erhöhen wir aber auch die Zahl der Bauarbeiter. Tja, hier werden uns die Immobilien aus den Händen gerissen. Nun gut. Ob wir unsere Schafe wirklich irgendwann noch bekommen in diesem Leben... ...das werden wir eventuell schon im nächsten Part sehen. Bis dahin verabschiede ich mich aber von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht hier in der Laternenstadt. Wenn ja, lasst ein Abo, einen Daumen fürs Video... ...oder aber einen Kommentar hier. Ansonsten würde ich mal sagen... Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Helvetik Let's Plays hier auf YouTube. Tschö mit Ö. Tschüssi mit Düssi.